Grüße Leute, wieder an derselben Stelle. Jonas geht gleich mit, der macht nur Internetrecherchen für uns. Ja, ich bin natürlich da. Hallo meine lieben Freunde, ich bin immer da. Ich ruf jetzt noch mal hier unsere Gute, damit ihr uns mithelft. Ich hab jetzt soweit alles geklirrt bis auf vor das Gebiet, wo ich gestorben bin, das möchte ich ja jetzt machen. Und ja, mal gucken wie es läuft. Ich glaube ich sterbe und das ganze hier vorspielen hat sich nicht gelohnt, aber mal sehen. Nein, das schaffst du jetzt schon, weil du gehst es jetzt einfach mal ruhig und gechillt an. Lässt die alte Orwellen, wo ist die alte? Nennen sie doch nicht so, die Dame hat einen Namen, seid aber höflich. Ja, wo ist sie denn? Du mal mit deinem Sexismus Let's Place, dass du hier mal die Frauen runtermachst. Sexismus Let's Place. Gute Frau, wo treibt die sich eigentlich rum? Ich bin schon ins Loch gefallen. Ich brauche keine Frauen zum Leben. Ich bin einer. Das schiebe ich mir alle an. Mensch. Ja, wie soll ich ihn nicht anlocken? Ich schiebe noch eh anlaufen mich. Ja, die alte muss auch mal kommen. Ich schiebe noch eh anlaufen mich. Hört um auf, Jungs. Ja, okay. Franzока, Gall Hallckern Kein Kampfrolle! Alter genau sie in die Fresse geschossen! Alberdi haben auch einen Bogen drin wie schon oft. Die habe ich da vergessen! Die habe ich da vergessen! Ich hab' nicht gebustet! Ich hab's gewusst, wir spielen bis hier und dann sterb ich einfach sinnlos. Ich hab die glatt vergessen. Warum? Ich weiß nicht, was du auf die Ritter und auf die Licker fickst. Ich hasse dieses Level. Es ist ja wirklich einfach nicht schwer. Nee, es ist auch nicht schwer. Es muss einfach nur konzentriert bleiben. Schild oben lassen. Ja, aber Schild, das bringt fast gar nichts bei den Magierattacken. Die biegt nach der Tür, wenn du sie rufen hast, biegt die ab auf zwei Licker, die rechts sind nach der Tür. Das ist ja auch gleich links. Natürlich krieg ich noch eine verballert von der Kröderischke. Ja, das ist irgendwie, dass das bringt ein Schum. Am Menschenbild, das moduliert wieder. Ich glaube, ich muss sich nicht in den 10.000 Sehen. Das ist nicht möglich, weil ich meine. Bis sie magieresistenz wäre schon cooler. Ich muss da ein Kaufer auf den 1.000 Euro sein. Stimmt eigentlich, dann könnte ich mal den Ausdauerringen, den brauche ich jetzt gerade nicht möglich. Auf der Kopf ist zwei, auf der Kopf ist zwei. Der schützt vor Magie. Ja, wir können mal eine Schaffe. Dann wechseln ich mal den Lebensring. Meine Fresse. Klingeln, das muss man da einfach machen. Ja, nicht wirklich, also Schaden meistern ich genug. Hat er was hinterlassen, Tatsache. Glitzern ist Titanin. Oh, ich werde dir regelrecht von Glitzern im Stein noch. Hast du in dem Stein? Ich hätte den Estus. Estus kannst du aufnehmen. Ich habe gedacht, wenn das Gebiet zu Ende ist, kommt wie ein Leuchttor. Das ist mir jetzt eigentlich vorgestellt. Ja, aber man weiß nicht, wie du brauchst du hin. Das ist der Fortschritt. Ja, ich weiß nicht, wie du brauchst du hin. Super gut spiele, so einfach wie die ganze Zeit schon. Moment mal, da fällt mir gerade auf. Das hinten. Ich glaube, ich bin mir wahrscheinlich schon gewesen. Ah, nee, das ist ja, das ist ja, das stimmt. Das will du nie aufpassen in unseren Let's Plays. Ich sehe immer die ganzen Items. Du lässt die immer einfach liegen. Ich kenne die ganzen Geheimnisse. So einfach ist das. So ist die Rolle. Also für Leute, die zum ersten Mal dieses Let's Play gucken, merkt euch Jonas, den büllen ich ein bisschen aus, der kann bei Dark Souls nichts. Sagst du, es ist ja lieber, mein Mann. Ich habe es gesehen. Kein Nilfjahr kann mich fressen. Für Leute, die das Let's Play zum ersten Mal sehen. Das ist so ein fetter Boxer. Wie der Blob hier aus X-Mail. Blob aus X-Mail. Ach, ja, du weißt, wer ich meine. Das ist so ein Blob, ist der Blob? Im Comic heißt der Blob, glaube ich. Blob ist doch der Blob. Das böse Blob, das ist der Horrorfilm. Ja, was ist das meinst? Ich glaube, wir haben es recht nicht gekauft für Blob. Ich glaube auch, Blob lässt dich schwer schützen. Wir kaufen die Rechte an Tomate. Das wird ja auch keiner durchgehen lassen. Na, wo ist er denn? Also, was dir in dem Gebiet auf alles relativ erhöht hätte, wäre ein Gescheiter. Ja, das stimmt schon. Also, wie war ich weiter? Sie magisch halt so, also Magie und so ein schwerer, auch stärker Charaktie sind, finde ich persönlich nicht die beste Kombination. Also, dafür, dass man mal seinen Schwer verzaubert hat, also so halb mit 10 Wille. Ich will ja nicht meinen Schwer verzaubern, ich will nur mal die Möglichkeit haben, Magie zu machen. Und wenn sie schwach ist, ich will nur mal ein bisschen Locken gegeben haben. Weißt du, das ist der einzige Zweck, warum ich das mache. Das hat nichts damit zu... Das war wieder schön, Wolke oder Solle stehen bleiben, aber nicht so. Nein, ich bin mir runtergefallen. Erstmal das Altenmo. Ja, du weißt, was ich meine. Für mich hat das nicht den Zweck, wirklich mit Magie zu kämpfen. Ja, als... Schaffen wir es schon. Äh, ich nehme was, wenn man steigern. Vielleicht bewegt die sich auch mal? Machst du mal was für den Gelder? Ich gehe mal, weil sie den Bogen mit hängt und schraubt, wie die Navi ist. Na, jetzt hat sie ihn dann gefangen. So, jetzt kommst du jetzt mal. Malen, du bist du nutzlos. Kauf dir Navi. Du freut mich. Eigentlich brauchst du schon, aber du weißt, was ich meine. Oh, die schießen auch schon. Naja, die soll ja ein bisschen vorstürmen jetzt. Solange mach ich hier noch ein Ablegungshaini. Oh, jetzt konzentriere ich mich auf die, wenn ich da rankomme, dann konzentriere ich einfach nicht. Dann geht es mal auf ganz offen. Doppelwolle! Ne, einen nur ausgerufen. Ne, ich muss noch ein bisschen... Was hast du denn? Ich weiß selbst nicht, was ich hier tue. Ich sterbe wieder. Hol. Äh, macht die irgendwas? Und die geht natürlich auf mich und die Suche volle Kanne. Und ich falle rein. So, ich muss jetzt mal zwei aneinander bringen und dann muss ich dir mal helfen. Und jetzt wird's. Ich kriege ja beide volle Kanäle auf die Schnauze. Ich weiß gar nicht, was ich zu sagen. Traurig, ich sag einfach, was ich traurig ist. Du stellst dich gerade ein bisschen schwermöglich an. Ey, das ist so mein Gemüse-Stand. Ich bin eigentlich im Prinzip schwermöglich. Aber das hat sich gleich geklärt. Einer weniger ist nicht. Der ist ja auch ein zweiter Andock. Ich probiere mein Bestes. Beziehungsweise du kannst dir die Eide jetzt nur bis sieben. Und den muss natürlich auch ein Bein Andockst, aber dann mach die Schnelltoden weg. Und roll weg. Irgendwas cooles machen, weil das cool ist. Ich bin cool. Und sowas was cool. Also noch. Mach mal rechts. Ach rechts. Ich will erstmal hier haben. Das ist so beide viel zu unkohlen, nicht zu kriegen. Das sei denn durch die ganze Zeit auf dem Treib. Ein bisschen Ausdauer pumpen und dann gibt's ja mal den Ausdauerhaken. Auf die Nuss, ihr Sche... Nein. Äh, nein. Lass den Scheiß. Ich mag dich nicht. Endlich. Soll ich durchatmen, hochheilen. Ich kann doch lieber eine Ausdauer mit reinnehmen. Äh, wäre eine gute Idee. Aber der Magiering muss es doch jetzt gerissen haben. Denke ich ja. Wir schieben jetzt einfach mal alles auf den Magiering. Ja, Magiering ist klasse. Ganz großartig. Und da hinten geht's lang oder komme ich nicht lang oder wie? Doch, da kommst du lang. Da, da siehst du, das ist ja alles Stein. Wenn du mal genau hinguckst, drehe ich mir noch ein bisschen mehr nach links. Nee, lieber nicht. Ich gehe einfach mal lang. Ich traue mir das eigentlich lieber... Nee, warte mal. Ich traue mir das lieber... Ich traue mir das lieber, wenn du erst mal weitergehst. Wir können dann nochmal zurückgehen. Ja, ich glaube es dann auch. Von hinten sind die Typen bestimmt auch ein bisschen leichter. Wo bist du denn? Ach, wie süß. Heilig selber. Sie habe ich gar nicht mehr mehr auf dem ganzen... Ich verstehe ich nicht, wer die Weiber hier alle gerade waren. Also, die müssen ja auch eine Hinterkunftsgeschichte haben, sage ich mal. Köterschädel. Na gut, das wäre jetzt auch gar nicht mal so ein praktisch gewesen. Schießen die auch auf den Köterschädel? Nee, oder? Das ist ja schon. Geh mal doch, nee, mit dir. Das müsste mich aber eigentlich schon so sein. Doch, eigentlich schon. Wenn dich auch was. Geh mal so schnell weggeht. Ich hasse dieses... Nein, dass ich mir aktiviere erst mal das Lager vorher, dann kannst du dir alle Items, die du dir holen, wir schießen in alle Wege noch auf. Das ist aber auch wie das ein Akt. Oh, ne Pilzfarm. Das ist so geil, eine Rostspukke. So, das ist eigentlich relativ einfach, um zu fällen. Wir haben in diesem Port mal gar nicht erwähnt, gar nichts auf der Galaxy müsste mal gucken, ne? Auf jeden Fall. Er ist noch nicht erwähnt, ehrlich nicht? Was bist du denn? Was bist du denn? Ich bin Motto. Lagerfeuer aktivieren und wieder rausgehen. Lass die Bilder erst mal sehen. Mach hierhin nicht. Okay, hast mal recht. Oh, da hat er eine Gegenstandsfahrt mehr für mich. Okay. Aber da singt schon wieder einer. Ja. Das ist ein Kanto-Support, kommt gleich zuvor noch ein Bus. Okay, also zurück erst mal. Genau. Ich habe gehofft, ganz am Ende noch... Jetzt durch das Gestrüpp gehen, erst mal. Also wo du gerade vorhin erst sehen wolltest. Wo du die Typen nicht... Ach nee, ich habe mich gar nicht angesetzt, das Lagerfeuer aktiviert. Du kannst durch erst mal hier auch mal ganz, ganz am Rand. Also du bist ganz, ganz am Rand. Ich würde gerade sagen, ich würde dann gerne in dem Port noch die Alte befreien. Gut, und jetzt geht's nur zurück. Weiter geht's nicht. Nein, weiter geht's nicht. Aber, ah, ah, da, da. Es geht nicht weiter. Aber, ah, da, da. Guck mal, da, da leuchtet. Ja, später. Aber, ich gehe ja schon. Der Neustau sind ziemlich viel. Der stimmt, aber da leuchtet das gute Zeug, den Schiff nicht brauche. Da liegt noch die Leicherung. Da haben wir keinen Schuss, das Wackdoll mehr, sonst können wir nicht die Gegenschutzung. Dafür sehr gerne gemachten Tagsholz. So, du bist der Meinung, die kann man langgehen, ne? Ja, sieht man. Tja, ich sehe in den Schuls Auge, rein guckst du mir jetzt. Ich habe keine Schuls Auge. Aber sie sieht es vielleicht auf den PC. Ja, ich glaube es auch. Meistens laufen da so komische Filme mit stöhnenen Frauen und so weiter. Oh, wie, Adi, da haben wir selbst aufgenommen. Ja, selbstverständlich. Heimlich als Spanner. Äh, fettes, das nie fährt im Wasser ist nicht so gereicht ist, das war auch mein Gedank gerade eben. Kann ich jetzt schon werfen. Ja, wir gehen da nehmen. Äh, ich habe echt gegen das Leben nicht in Holz gehauen. Ein reinmal. Ja. Nein, ich wollte mich heilen. Ich werde irgendwo mal gift Pfeile kaufen müssen. Nein, das ist nicht mehr so, ich glaube, ich ziehe die Nummer zweimal durch. Ich muss doch wieder auswählen gefeilen. Äh, ich weiß schon. Ich habe so diese fecken Mililpferde, wenn die wenigstens mal nicht im Wasser kämpfen würden, weißt du? Das sind einfach so Nielpferde, wir leben im Wasser. Also wir nennen sie zwei Mililpferde, aber so richtig zur Familie der dickhäutigen Mililpferde gehören die nicht wirklich. Die Hippos gehören sie nicht rein. Oh, Alter, hätten sie die in die Kinderabraschung reingebaut. Aber so ein Riesenei, du kennst ja die, der gab ja noch mal damals, das Riesenei. Ich glaube, die gibt es heute noch, oder? Die gibt es heute noch, ja. Die völlig überteuerten für 10 Euro für so ein Stück Schokolade und so ein bisschen Spielzeug drin. Das schmeckt aber auch so gut. Ich finde, es kommt darauf an. Ich habe früher immer gern so Schiffe und Flugzeuge und Autos und ich habe mich auch noch über die blöden Figuren gefreut. Ehrlich, ne? Nö, ich wollte nur so Schiffe und Autos. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Bastel hätte schon Spaß gemacht, aber du sagst, dass die Kinder Schokolade schmecken. Ich finde, das kommt auf die Kinder Schokolade an. Also, auf das Ei. Das ist echt im Url, was geschmeckt hat und was nicht. Ei hat geschmeckt, meint es nicht. Das ist ein frisches Ei sein. Wenn ihr schon drei Tage gelagert habt, ist es sogar Hühner ein. Sängerringenkleid, na was könnte das nur Ringen gewissen. Aber Lebensring plus zwei. Da gibt es auch nicht AP dazu. Plus zwei. Ich gucke mir mal an, aber... Kannst du erstmal deine Statistik gucken, wie viele Lebenspunkte du jetzt hast und wenn du den Ring kriegst, dann weißt du genau, wie viele auch noch. Ach, Statistik hast du gesagt. Oh, machst halt auch so. Das ist jetzt deine Städte, dass du guckst und du nixst mal ab. Ne, ich sehe aber schon, wie der Balken sich. Das ist hier ungefähr... Was hat man dran? Fynn. Ja, Fynn. Doch, das macht schon. Das macht aber nichts, was ich jetzt spieltechnisch geil finden würde. Ja, ich bin auch nicht so der Fan von Lebensringen, aber... Aber man hat gesehen, dass der Balken doch deutlich größer war. Okay, jetzt schaffst du bei den Pilzen weitergehen. Ach, Gott sei Dank. Endlich mal, dann verpassen. Dann kommt nur noch ein so ein Gebiet, was aber auch ein bisschen tricky ist. Deswegen hättest du jetzt eigentlich gern, dass deine Gefährle noch hättest, aber du schaffst das schon. Natürlich schaffe ich das. Meine Gefährleinzeit. Auch Magel sind da keine Leute, die kommen zu schießen. Glaubisch. Boah, das ist wertvoll. Glaubisch. Schon nichts zu viel. Ich überleg, ob ich mich kurz mal am Lagerfeuer abschilde. Ja, ganz super. Lagerfeuerschilden. Na, singst du jetzt das Lagerfeuerlied für uns? Lagerfeuer, Lagerfeuer? Alter, Spongebob, Lagerfeuerlied, okay? Gute Säblin gefallen. Kulturlücke. Äh, scheiß, ich hab's garantiert gehört, ob mir fällt's gar nicht rein. Und wenn ich meine Kulturlücke, meine ich, dass dieses Ding eine Lücke in der Kultur hinterlässt, ne? Am geilsten finde ich ja. Ähm. Da gab's nur eine Spongebob-Folge, da musst du dich ja so lachen, da hat er irgendwie eine Einladung bekommen von der Party, ne? Auch von oben, von der Oberfläche. Dann will er die so lesen, wenn Patrick, dann liest er die so und ist halt oder verwischt und dann verschoben, ne? Ja. Dann hat er so, ach, die Leute von der Oberfläche, die haben keine Ahnung von der Physik unter Wasser, ne? Und wirft dann die nicht-länderliche Einladung in Feuer. Das ist okay. Selbstverständlich. Äh, kann ich das Ding nicht angesehen? Komm, drauf schießen. Ich will nicht unbedingt mit dem Ding spielen, weißt du? Stopp, Fettpilz! Fettpilz! Ganz schön eklig, die Viecher. Äh, doch, da ist noch so Magier. Ja. Ja, genau. Ist das jetzt dein Ernst? Aus der Entfernung? Ja, die schießen ja auch noch hundert Jahre so weiter auf dich. Okay, erstmal hinstellen und... Alter, jetzt echt... Da hinten ist noch einer. Och, du willst mich doch moppen, ey. Ja. Das ist, ey, das ist nicht lustig. Kann ich den übrigens anvisieren, um ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen? Nein, natürlich kann ich ihn nicht anvisieren. Also, sag mal, in diesem Steinkreis, ne? Da, wo die sollen sind. Da kannst du einfach stehen, da ist kein Loch. Aber ein scheiß Licker. Das ist mir egal, ich bin tot fürs Töten. Ja, ich weiß, dass es abzieht. Nein, 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 noch! Da ist er noch, da hab ich gesagt. Ah, weißt du, was dumme ist? Ich glaube, ich hab alle Ringe aufgebrochen. Jetzt hast du alle Ringe aufgebrochen, ja. Ach, ist das wieder dumm. Ja, ich weiß, dass das... Also, ich... Aber ich wollte halt panisch wegrollen. Aber du hast ja... Du hast ja noch deinen Lagerfall und dann hast du auch noch Seelen aufgebrochen. Ja, wegen... Ich bin ja immer überzeugt, ich will einfach leben, ich will nicht sterben. Weißt du, was ich meine? Das kotzt mich an bei so'n... Wenn es jetzt wirklich schwer wäre, wenn du jetzt sagen würdest, yeah. Aber das ist ja einfach nur nervig. Wegen dem Wasser, weil du dich halt richtig schnell bewegen kannst und so. Ich weiß, ich kenn das. Also, ich hab das alles auch schon durch. Also, hier hast du echt einen Vorteil, wenn du Magier wärst, glaube ich. Ja. Und ein Fahnegaser. Ja, Bogenschütze. Also, eigentlich Bogenschütze, aber klar. Magier ist auch noch ein bisschen schwierig mit anwischen. Mit Bogenschütze hast du ein schönes Fadenkreuz, kannst du dich anwischen. Hast du mal rausgefunden, wie das mit der Nekromantie funktioniert? Dass du die Leichen beschweren kannst? Hexerei. Ich suche jetzt, ich hol jetzt eine Leiche und ich tue jetzt einen Licker, belebt den Video an der Kämpfer mich. Geht das? Weiß ich nicht, so stell ich es mir vor, wenn ich eine Nekromantie höre. Weil ich... Nee, du kannst dir irgendwann sauber, dass ich die Toten beschweren kann. Ich hab noch nie... Ich hab in Hexerei noch nie so viel am Hut gehabt, ich reparieren wollte. Stimmt. Weiß ich nicht. Ich hab in Hexerei gesagt, ich bin so viel am Hut. Ketzer. Ketzer, ich kann keine Hexerei. Ach. Hab ich schon erzählt. Hat er schon mal erzählt, kenn ich. Was denn? Jetzt mach doch nicht so einen halben Satz draus. Äh, im Urlaub hab ich zwar eine neue Warhammer-Bito gelesen hab. Von den Blood Angels. Oh gut. Die sind doch relativ teuer, dachte ich eigentlich momentan. Nö, 10 Euro. Tod ist nicht teuer. Ich kaufe mir die Dinger meistens, wenn sie auf 1 Euro noch was drauskunden sind. Ja, wenn dir so ein oranges Preisschild dran klebt. Ja, richtig. So ein halbrundes... Nö, ich stell mir die ja auch nicht in den Schrank. Für mich ist das einfach... Ist ja eigentlich keine höhere Kultur. Ich mag halt das Nerd-Universum davon. Weißt du? Für mich ist das jetzt nichts, was ich sagen würde, äh... Die Literatur, die ich jetzt in mein Buch reinste... In meinen Schrank reinstehe und alle sagen... Boah, hast du doch schon das neue von Warhammer gewesen. Weiß ich meine. Ich mag's aber, es ist jetzt nicht so geil geschrieben, dass ich damit angeben musste. Ja, ich finde, ähm, bei den Bubar über Sky, der war der erste Bubar der Bösewicht, der hat aus, aus, ähm, Space Marine DNA, beziehungsweise von Blood Angels DNA, hat er so Fiecher erschaffen, also eigentlich die aussehen wie Blood Angels, also hat er eigentlich Space Marines erschaffen, aber die konnten mega schnell mutieren und sind immer monströser geworden, die waren dann blutflünstig, als die Vampire an Blutpumpen, und haben dadurch energie gekriegt, zu mutieren. Ach, der Genfehler von den Blood Angels. Genau. Und... Kennst du schon was da aus? Das ist das Verständnis, kenn ich mich aus, hör mal aus. Ich verwechsel zwar die manchmal in der Gassen... Das ist auch diese rote Durst, ist das ja quasi. Und der ist da sehr extrem gewesen, dann sind die übelst krass Mutieren, haben sich nichts angepasst, weil ich, wir wurden die mit einem Warhammer-Portal 100 Meter über der Blood Angels Festung fallen gelassen und da haben sie einfach mal schnell fügeln, umfallen. Wie Tyranniden fast. Ne, ich kenne mich schon ein bisschen aus, aber ich verwechsel immer rote, rote, durst, schwarze Blut und weiß, dieses ganze inzwischen... Die rote, durst und schwarze Blut haben wir beide. Also, äh, das an der Weile des Blood Angels. Und so heißen ja auch die Bücher, oder heißt eine Rote Wut, Rote Wut heißt das Buch, oder? Das andere war auch mal ganz gut. Warum nicht immer? Ich hätte gedacht, dass man ein Wuterschuss, aber ganz vergessen, ich habe keine Ahnung, wie an die es richtig rankommen soll. Aber dann nimmt doch feine Bogen, oder, 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 oder kaufst du diesen verschissenen, geilen Bogen von, von dem Drackentöter, du hast den. Ne, den habe ich dir, aber den kann ich ja nicht benutzen, ich mache jetzt einfach mal... Du kannst ihn nicht benutzen, den Drackentöter nutzen. Ne, der fehlt mir nicht. Nein, den Drackentöter-Boden, ich meine, den hast du nämlich noch nicht, da kannst du einen stärken Bogen kaufen. Das ist ja gut, der Magie Schaden, du kommst noch mal, um das ist ja geil. Okay, ich mache es aber jetzt mal mit dem Bogen hier, das muss ja auch mal gehen. Äh, genau. Es muss ja auch mal gehen, dass du auch, die all den Hintergrund geht mir so oft wie Ketten. Äh, das war nicht gut. Oh, es geht schon. Ich muss ja nur, äh, das geht, das geht schon. Das ist jetzt ein bisschen Nullsfrage sicher, aber die Hamburger, wir sind ja daxul, Spieler und Tocker. Weil du hast jetzt den, den du hast jetzt ein zweites Mal eine Tachenreihe der Seele bekommen, damit kannst du so einen Stärkenbogen holen. Und den finde ich persönlich effektiver als den. Meine blöde Magie hat mir schon so oft den Arsch gerettet, wenn ich dann nicht einen Stärker-Charakter verstehst du das. Das ist die Hilda, die braucht das. So, schön ins Herz rein. Jetzt mal, jetzt ist es nochmal schön in den Kopf. Aber das ist, glaube ich, bei Dark Souls relativ egal, in welchen Körperregionen du triffst, ne? Also außer bei Endgegnern, wo... Doch im Kopf macht es schon ein bisschen mehr Schaden. Und schlägt es ja auch zurück, lässt es ja zurückkommen. Aber man muss halt ganz ehrlich sagen, also deine, deine Hirsen, deine Schießkunst ist deutlich besser als bei dem Kopf. Alter, ich habe das lange nicht mehr gespielt. Normalerweise war ich wirklich gut, ich muss zugeben, ich war wirklich gut. Und da, das war, da habe ich richtig schlecht gefühlt. Das habe ich auch, glaube ich, ein Fight gemacht gehabt. Und in dem immerhin, äh, Freikild. Nee, aber du weißt doch, wie es ist, es ist ein neues Call of Duty. Nein. 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 Was wollte denn alle von mir? Ich gehe zu Hause. Ich habe es ganz. Ja, ich gehe zu Hause Kekse packen, jetzt kommt ein Finstergeist, jetzt kommt noch ein Magier dazu. Was bist du denn? Seltsamer. Kriegslos. Alter, will der mich, ich weiß, das ist eine Grube. Versuche ich mal auf den Land zu bringen. Uhuhuhu. Äh, ja, erstmal Taktik entwickeln. Aber ich hau hier das Estos raus, das ist unglaublich. Ich habe, hatte ich ja gesagt, äh, behalte der Estos. Aber das ist doch schon mal gut, wie lange in die Höhle lockst, aber es ist eng, kann nicht so ganz krass wegrollen und dann kann es schön, äh... Na, dann soll er mal herkommen. Schön, äh... Mit der Faust. Mit der Faust gefressen. Oder ich hau ihn einfach so breit. Dass er, äh, immer noch lebt. Natürlich trifft er. Das ist Zielflug, mit Seelenvoller, wie es auch immer heißt. Und dann hat er auch Zielflug, Dunkelheits, leck mich am Arsch. Einfach jetzt geht's. Leck mich fett. Solche Gegner macht man am besten einfach, indem man auf den Drauf schlägt, die sind nicht mehr bewegt. Ja, einring den Verband. So, den Magier kommst ja jetzt, den kannst du ja wurschen Lagerplatt machen, läufst jetzt einfach hin. Nicht ums Loch fallen, bitte. Und dann kannst du die Einem zu holen, die Lagerplatt machen. Den, was den, den Nick... Äh, du hast ja dich jetzt überhaupt nicht eng gesagt, oder? Licker. Okay, alles klar. Ich dachte jetzt schon, die Jonas... Ich dachte, jetzt geht's völlig frei. Alter. So, Lickerchen. Kann da nicht jemand für dich singen? Was war das denn gerade? Hast du das gerade in meinem Gesichtsläge fliegen sehen? Ja, das war ein Zauberstab noch, oder? Ja, ich glaub's auch. Och ja, genau. Ich hab heute... Wollten eigentlich blind besiegen, aber... Ach, jetzt. Hat ich so funktioniert wie ich wollte? Ich warte, ich hab noch ein Postgeklauch. Ist nicht schön. Ja, wohl nach... Roteisen-Zwinging-Slinge. Ich hab Rosteisen gelesen. Oh, kann auch Rosteisen gelesen sein. Ne, ich denke mal, Roteisen macht mir Sinn jetzt. Rosteisen. Kann auch Rosteisen sein. Ist auch einer dieser coolen, ich sag mal, Darth Maulkling, oder? Ja. Das ist sogar eine relativ starke, also eigentlich schon mal so. Rosteisen. Rosteisen. Ja, da kannst du jetzt hinlaufen. Das ist der, was du sagst, was du von beiden gesehen hast, wo du halt so cool hinwolltest. Da bin ich auch immer noch unbedingt hin. Da kannst du jetzt von der Seite aus, aber es kann auch ein paar andere Mal auch wieder ein Dreck, aber halt nur ganz normal machen, ne? Ich werd mich so freuen, wenn dieses Länge beendet ist, ganz ehrlich. Das ist weit zu Ende. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Das sind die Dinge, wo ich sage, äh... Das ist ganz klar, ganz klar, bitte. Ja. Ja, der jetzt muss aber doch irgendwie noch ein bisschen ähtergeil. Auch nur so ein bisschen. Große Seele, einen stolzen Ritters. Da sind auch ein Altarlacken, oder was? Ne, der nicht da? Das hat er aus der Hinterlacken, aber. Ach, ich hoffe, da kommt keine Grube mehr aus dem Schwachsinn. Musst du mal bitte achten. So wie ich die kenne, ist das nur irgendwie diese Falle hier. Das ist ja, wenn hier noch dazwischen Löcher wären, also wirklich so Löcher, die mal halt, die rein sind, ne? Ja, auf der Seite. Auch das Lernen ist inspiriert von, gab es eins, gab es auch, was war. Ja, das war so, Arno. Meister? Hm, ich glaube. Oder? Nein, doch, das ging. Ja, äh, auch von Arno Lando, also nicht von nur Arno Lando, sondern von Alten, aber auch so ein Abschnitt mit Wasser und Zielflugkristall im Maße. So, das war das, was hat sich geschossen, ja. Äh, da muss ich sagen, da warst aber noch mieser, da wurdest du vom Geistern verfolgt und du nur, wenn du verflucht bist, oder eine heilige Waffe hattest. Das war eigentlich total nervig. Das ist fies, ja. Weil du sonst hast du dich durchgeschlagen, wie halt Geister. Ja. In heilige Waffe kreativ findest du am Anfang nicht, da musst du irgendwie spielen, das machst du am Anfang nicht. Wo heilig, das sagt dir ja keiner, weißt du? Bei dem Spiel sagt ja so gut, keiner was, außer wenn du was an den Waffen hattest. Das auf jeden Fall. Aber wir wollen ja irgendwann nochmal, was dann für dich unbekannt wird, da wenn man anfangen nur Demon's Souls. Ja. Ich glaube, das wird dann das nächste Demon's Souls und dann irgendwann Dark Souls 1. Ich wollte es erst rückführend machen, aber ich glaube, ich bin gerade heißer auf Demon's Souls. Weil wir beide keine Ahnung haben, weißt du? Ja. Und da kannst du auch mal schön üben, da werden wir mal das Pad teilen, denke ich mal. Ja, könnten wir mal. Äh, habe ich irgendwas krabbelt im Hintergrund? Ist irgendwie hier ein Licker? Ja, da waren einige Licker, die das so gesehen hat, wir haben scheinbar nicht angegriffen, weil die gute Frau sind. Die sind aber ziemlich abgefranst aus, die gute. Das ist ja auch so eine Melfinito gewesen. Eine was? Wie die fransische Form vorgestellt hat, Melfinito? Ja, ich weiß, ich habe gefragt, die sieht ziemlich abgefranst aus. Die andere sah schon ein bisschen, sag ich mal, du hast was von Lickern gesagt. Ja, die andere sah, wie da hinten? Ja, da fällt es runter. Geht einfach weiter, die sind jetzt. Also die 800 zählen, ne? Ja, okay. Also wenn das wirklich so ist und dann haben sie nichts über das Besonderes mit dabei, dann gehe ich natürlich weiter. Ich wollte nur sagen, die sah wesentlich vitaler aus, die gehofft hat, aber die sah jetzt wirklich so aus, passt schon wie die Sünderin. Ist das jetzt ein Witz? Ich bin hier einfach zum Endgänger reingelatscht. Danke, Jonas, danke für gar nichts. Natürlich, warte mal. Natürlich, warte mal. Ach, gewesen. Wow. Ach, genau. Was ist denn das für ein Bumsknögel? Was? Ich glaube, wo ist Eingang? Ich muss bei deinem wirklich schon offen sein. Am besten in der Mitte reinlaufen, wo noch mit der Außen. Ich überlege gerade, ob ich ihm vielleicht ein bisschen Giftpfeile reinhaue. Da kann er Kapuze raus runter machen, wie er will. Aber statt der Giftpfeile vergift nur, wenn der Kapuze, also ich weiß, man muss ausprobieren. Kann sein, wenn der Kapuze oben ist, dass es geht, aber sch... Ne, ich dachte eigentlich, er wirklich ins Gewinn, die Gelegenheit da ist, ins Gesicht feiern. Dann kann er dazu machen, wie er will, aber er kriegt da trotzdem... Ich glaube, die schießen zwar auf Tisch, aber dann kurz vorm... Also, dann schießen wir das Haus mit rein. Aber ich glaube, die schießen mich vorher zusammen von der Stamina. Wenn ich wieder falsche Tasse gekriegt. Ich glaube, ganz ehrlich, die schießen mich vorher zusammen. Bin ich der Überzeugung. Wenn der Holz im richtigen Moment eingeklappt hat. Die sind nur drei Stück, die sind zwei auf dieser großen Flächer. Na toll. Gut, das ist jetzt nicht allzuentscheidend. Das ist ein bisschen Wolke. Ey, ja, aber wie soll ich den Blieben sehen, wenn die nicht anballern? Na, ne, dann... Alter, du musst ja nur ins Haus rein sein, dann bist du ja eigentlich so schon. Na, wohl, probieren wir es halt, man. Also, ich will jetzt nicht einnehmen, zuerst rum. Ne, ich muss nicht... Wenn es klappt, zeit-effektiver ist, dann sterbe ich halt noch mal. Dann müssen wir halt noch mal Ringe reparieren. Ist ja alles nicht so schlimm. Wir haben eine Zeit. So, jetzt haben wir einen richtigen Zeitpunkt in der Säule. Und los geht die Action. Ja, das ist kein Problem. Diese Scheiß-Trolz, ey. Okay, war doch eine gute Methode, sag ich mal. Nein. Okay, hab mich nicht getroffen. Äh, Lika? Nö, oder? Nö. Ich wollte die Tür wieder zumachen. Noch wurscht. Durch den Nimmelgeld bist du ein geschützt, da kommen die jährlich mit durch. Hm, na, gucken, jetzt könnte ich, äh... Sie haben hier das Schwertverzauberung nicht mitgegangen. Okay, nee, ich probiere jetzt einfach... Ich bin ganz so auswählen. Na, ich probiere es mal so. Das ist zwar ganz interessantes Experiment, aber ich denke... Ich habe am Anfang hier echt Schisskatz nur noch mal beim Gehren. Ja, es geht mir genauso, aber man ist ja so, man ist ja so oder so langsam, weiß nicht. Das sieht so geil aus, wie er den Kapuß mit den Händen runterzieht. Man muss erst den kompletten Moveset ausweichen, ne? Bevor man... Oh, ne fette Monster-Quirt. Komm, die Arme ist nicht. Ich kriege den Arme. Nein. Okay, ich denke, man kriegt man. Ja, das ist so schwer zu sein. So, glaube ich, der sieht noch so ein bisschen aus, als wenn man so langt ist. Ist der irgendwas gut ist mit dem Lügen könnte, aber das ist viel, weiß ich mal noch. Drei mal. Drei mal. Fünfmal. So sind wir jetzt fertig. Okay, aber es sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe noch zehnmal Fläsch, wenn ich nicht unvorsichtig werde. Während der sehr, sehr tolle Partie macht's. Mh... 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 Na komm, Grafler. Okay, äh... Was heißt denn hier an? Was heißt da? Sangesdämonin. Das ist ne Sie? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Sieht man doch. das ist das ist schwer ohne Schönheitsoperation die Kinder wieder voll den Shitstorm ab beleidigt werden wir bleiben ja nicht nur irgend eine Menschengruppe hier bleiben ja quasi ein ganzes Geschlecht naja die überfeministen mit ihr selben Rechte wie Männer alles gleiche Männer und dann nennen wir so auch Arbeiten sind noch keine Meldung auch schon sieben 8.5 der jahre zu erinnern das Wort das war richtig ich muss auch so ich habe jetzt noch was du hast auch und kann sagen wo hatten es gerade geblockt genau wie mir sein und dann muss ich glaube ich bin ich glaube ich bin Beispiel A nein ich bin ich bin ich wollte mich umarm und küssen auch ich bin ich bin der Schutz zu einer Hübschprozessin sie hat sich verliebt die kleinen hessige Kaukrabbe hallo hallo zweimal er hat gezogen naja ist ja kein Problem ne das wurde gleich wieder pissig wenn das alles ist was du drauf das kannst du sterben doch voll kann ich so schwer ich hab dann erst mal machen können ja so ich hab nochmal Estos getrunken das ist sie geschluckt sagst du den Mund war da nicht was das war da eingebettete Schüsse jawohl ich weiß was du meinst aber erst mit mindestens möchte Tja weißt du das wäre so ein Ding wo ich ich weiß noch nicht mal wo ich hergekommen bin das ist ja völlig verwirrend da musst du sein ey das hätte mich ach da ich wollte jetzt grad da hin das ist ey das sowas über vorab mich grundlegend ja das liegt aber daran dass ich kein PC habe und dass wir nicht weiß wie es aussieht wie es aussieht ja alles nur daran liegt es ja hübsch der inneren Richter hat versagt wir müssen hier unter einen riesigen Baum sein oder sowas nicht passiert ja eh auf den Zeichnungen warum eigentlich nicht aber dann müsstest du den großen Baum hier irgendwo sehen weißt du wir können ja mal gucken dann wenn wir wieder zurück sind das gibt es noch die Wurzeln das ist nichts ich bin überzeugt man sieht hier müssen wir mal gucken wenn wir mal zurück sind wieder ich glaube Kisten wir als Belohnung eigentlich ganz krass ne da geht es abwärts gut dass ich so ein gutes Auge habe gut dass du so ein gutes Auge hast er ist übrigens Brillenträger äh da hinten geht es um die Schräger oder ja gut dann gehen wir erstmal den Leuchttörer erstmal weiter das ist das Risiko scheut der Jonas gerade aber ich höre ja gerne auf ihn ich hätt wer jetzt da lang gelaufen blind hätt's gemacht äh hallo ah ne da oben ist ne dann geht doch doch da oben ist ein Leuchttörer hier geht es weiter hier geht es noch so weiter ah ich dachte da oben können ein Leuchttörer sein scheiß auf die story scheiß auf die story äh ich mach mal mal ein Schmetterling an ne ich hätt's jetzt vielleicht nicht gebraucht aber da ist wirklich aber Schmetterlinge sind super brennend da ach so schau's mal hier unten mal wieder um weißt du das ich mach jetzt erstmal das Leuchttörer das ist mir irgendwie hinüber wenn's da ist da ist die Kiste da ist die Kiste ok dann gehen wir gleich hin und dann geht's ja weiter hoch hm ach ich geh zum Leuchttörer so dann leg mal bitte dein Leben so schnell hin so ne ich soll mein Gemsicherungsding ablegen ich mach das schon hast du schon also guck mal aber das verstehe ich jetzt nicht gar nicht ja ok du wusstest du äh einfach mal ablegen ja jetzt geh mal links 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 weiter weiter ok nein links ne ich überleg grad aber links ist abkommen weiter 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 mach mal mach mal weiter weiter was soll der blödsinn denn da ich mach meine Rollen nach vorne was soll der Quatsch jetzt außer dass ich jetzt meine Menschlichkeit verloren da drin da oben ist ne Tür da kommt es nur durch wenn du in ne Hülle bist ach ey super Ding was soll man ja ich hab gedacht was will er denn jetzt von hier ja ich hab gedacht was will er denn jetzt von hier so stürzt mich mein Kompagnon in den Tod das macht er ständig mit dem Balkon hat er auch noch ne lustige Nummer lass den Moff mal nach dem Balkon schlagen sorry ich glaub dir nicht dass dir das Leid tat nur als Hülle kommst du ja durch ich hol erstmal meine Seelen wieder jetzt kannst du aber trotzdem den Seelenring wieder anlegen damit du die Seelen retten kannst falls du jetzt vormalsstörm bist das ist mir grad so heiß dass den Plan hat dich eigentlich auch grad verfolgt so so mein Häufchen Elend holen aber ich hab mir das mal so ob du mir das Splint von draußen einfach rein springst aber du hast es noch fragt natürlich hätte ich so ich hab gedacht was soll der Sinn dahinter sein was nicht weiter ob ich das mal rausgefunden hatte dass man durch die Tür nur Todes kommt ne hier steht da kein Hinweis oder so ne also weiß man vielleicht als Bild auf den irgendwie muss es ja rausgefunden haben ja halt beim Let's Play gucken bei dem aus let's play gucken wir hier noch was anderes guckst du noch woanders Let's Plays was seid ihr denn die sehen aus wie diese lustigen äh die Verkürschen ja das ist ein bisschen vielleicht komm ich ja wieder auf ne lustige Sekte die ich kaputt schlagen darf Sekte? ich hatte letztens ein Werbeflyer von der NPD und von den Zeugen Jirovas in meinen Briefkästen oh Gott das ist ne Verschwörung die ist ja im Gange ich hab mir gedacht die können auch echt mal so ein Team aufmachen sag ich mal sparen sie also praktisch ich hab mir das ganze so vor dass da einer an die Tür klopft hallo wir wollen uns mit ihnen über sie äh mit ihnen über Gott unterhalten und über Hitler ich meine das ist doch die können doch Personal sparen wenn sie beides ansprechen weißt du so ein crossover die Jungs denken einfach nicht praktisch wer seid ihr? und was wollt ihr von uns? was wollt ihr von uns? Mifinito Mifinito wie nennt man uns? mein Name? ne mein unser unser Name wir wissen nichts über die Welt da draußen ja das kenn ich doch schon wir singen auf ewig für diejenigen die die toten Dunkeln sich tragen wir waren schon immer hier bla 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 wir wissen nichts über die Welt da draußen das hab ich doch schon von deiner Schwester gehört deiner Schwester wurden von den großen Toren geboren was? und die großen Tore lehrten uns das lieb da haben wir gesungen um uns zu trösten der Tod von der Toten Dunkelheit dies wurde uns so gelehrt Alter ihr habt ihr das verfluchte Segen verstummen lassen bitte nehmt das als Dank göttlicher Segen danke sehr sucht ihr auch hier Trost? ihr armes Wesen nehmt wenigstens dies ich werd richtig beschenkt glatterseitiger Stein die kleinen wurden blablabla das kennen wir schon ja ok ich glaub die hat nix mehr weiter von uns wir wollen jetzt mal hier beten was immer das uns so bringt beten ist immer gut nee das ist doch das DLC glaub ich nicht ich weiß es nicht leider passiert nichts also DLC na wollen wir uns jetzt mal kurz was ja aber nicht DLC keine Ahnung DLC war's garantiert nicht so wo kann man hier was lesen ich dachte aber es kann doch nicht das Rad wechseln ne das scheint gar nicht dann geh wir die Treppe runter vielleicht auch eine Etage tiefer das kann ja sein lalalala Treppe tiefer äh noch eh du musst übrigens wenn du dann diesen eingebetteten Schlüssel benutzt hast ne ja musst du danach nochmal den ganzen Melvinitos reden du hast ja gut anfangen die und die jetzt am Ende also ich glaube eigentlich nur die zweite Amtrisse ja verschwunden wirklich mit L nochmal quatschen mit beiden ich glaub schon ähm führten muss alles hier hängen nicht also wir gucken wegen Abgrund und hier müssten links und rechts kisten sein ich hab das Gefühl das wird wieder anfangen zurück du kommst du kommst hier äh nicht mehr weiter du musst dann den Weg zurückgehen du willst es ist ja einfach nur Abgrund es ist nur um Items zu kriegen das ist ja super ich glaube du kriegst du mal einen Kantaner na aber wo seh ich sie also ich persönlich seh jetzt gerade nix ne ich würde jetzt schon in dem Moment hätte ich schon wieder aufgehen und wer weitergelaufen ist ich fühle hinten am Baumstamm irgendwie an der Weg guck mal runter naja ich seh leichten Weg das Problem ist nur mhm ich mein's ach de ich mag sowas nicht ich bin so froh wenn ich hier entgültig weit Kilometer weit weg bin da hinten wird da nichts drin sein uhuhu irgendwo muss ja das ein Ding irgendwo na aber der Weg endet ja hier ne ja vielleicht versteckt die Wand scheiße sind da ach da ich hab jetzt schon kurz an mir selber gezweifelt naja ich meine mhm ganz ehrlich wir guckten auch groß nach ja aber ohne Zweck muss das ja Hammer aus um mit der Gruppe mit Nito zu reden Menschentöter was ist denn das wer hat denn den Schwert mal einen Namen gegeben warte mal Zweihänder äh es wird ein Einhandschwert sein oder ist die Kantaner was du meinst ist Menschentöter ja kurz mal ausrüsten wegen gutaussehen ui tja ich wollte irgendwann mal Geschädlichkeitstyp machen mit zwei Schwertern und Kantaner Jo reizt mich auch irgendwie ja aber momentan nix mehr das Brotmesser nix ok geh mal mal das passt noch wir können noch ansprechen die gute so wir haben noch 10 Minuten Zeitdänge gebraucht richtig und mit den anderen noch mal labern mal gucken was passiert ach das Gesink geht mir so auf die Nerven jetzt aber Heimatknochen abnutzen naja ein paar Meter ja ja obwohl ja recht hast du eigentlich ne ne hast du recht wir haben ja 16 von den Dingern ja zum letzten Leuchtfall zurückgegangen dann doch mal gleich zu der Reisen die befreien dann zu der hier reisen die bequatschen dann ihre Schwester bequatschen und dann bin ich mal gespannt was passiert und dann beenden wir auch diesen süßen Part und beim nächsten Mal kommt ein neues Gebiet was nicht so wasserlastig ist hoffe ich ja jetzt wirds jetzt wirds ganz finster jetzt wirds ganz finster gibt's hier auch irgendwann mal diesen coolen Helm den man sich aufsetzen kann der leuchtet der war so geil in Dark Souls kennst ja nicht ne kennst ja nicht ne ne das war ein Helm den hast du aufgesetzt und die haben die ganze Zeit so ein Leuchtpunkt war über dir und du konntest laufen wie du wolltest und der hat dir immer Licht gespendet der war wichtig wenn du den ersten Teil spielst der beschissenste Abschnitt einer der beschissen ist das Grab der Könige äh Grab der Riesen ganz unten drin oder Königsriesen keine Ahnung äh das siehst du nicht und gleichzeitig sind überall riesige Ritter mit riesiger Reichweite du kannst überall runterfallen das sind Kletterritter das ist echt und ohne diese Leuchtkappe bist du am Arsch ähm Jo hier runter ich will ja nicht zu viel versprechen aber bei unserer nächsten Session ne du musst die Vorstellung holen Relle ich hätte gedacht ich ran hoch ja in unserer nächsten Session können es passieren aber gut sind das noch aufwendet den alten König und den auch entscheidet sie nein aber das noch nicht ich habe das Gefühl man muss nicht mit ihm betteln du musst kannst du eigentlich gegen den Tod schlagen du musst nicht ja es war schon optional ne aber ich meine äh er willnt schon feigeln der wegbrennt ja doch ja ich hab emotional verstanden ja gut dass du endlich eingekommen bist Mann ey der Quittenturm soll sich beeilen ich wieder hoch ich hab keinen Bock mehr auf König sein ja du König bitte du musst ein Kontermorben für das ne das ist richtig ja ist schon richtig aber ich dachte das wäre alles mit dem Riesen und so weiter muss das mal rum gehen damit das Ding wieder hoch kann das ist diese typische Mechanik die ich nicht so ganz mag wasste für mich musst du das erkennen dass du da oben steht ja aber stellst du das mal vor das ist zu schwer das kann ich nicht mit hochreden das Schalter das ist ein Trittschalter da kann ich ja nicht mit hochreden du musst da runter gehen da man hochkommen kann und dann kannst du erst drauf drehen zum Auslösen das macht doch rein technisch keinen Sinn wenn du ach egal du könntest es auf jeden Fall so konstruieren sobald einer oben steht dass der Mechanismus ausgelöst wird ja aber das muss ein Knopf sein und wenn du zum Beispiel mit dem Wasserknopf auf dem Boden und du trittst drauf also der ist aktiver als runter gedrückt dann kommt der nie hoch so lange drauf schießt und wenn du runter gehst dann ist die Fehler stark genug um hoch zu gehen man merkt du hast von klassischer Mechanik nicht so viel also das geht schon dass man das machen kann das ist kein Problem was war'n jetzt? ach ich hab' ja erstmal kontrolliert so ein bisschen wie hängt da gerade ein bisschen? was ist denn? ne die tanzt Dancil da Dancil da Yo du mal deine Schalter wegstecken oder so kurz mal bei Guardians of the Galaxy wer den Film schon gesehen hat Dance Battle aber das ist eine wunderbare Szene also ich pack' erstmal ein Schwert weg vielleicht hat das wieder Angst ne die macht immer die Dance Battle mach' mal ein Schild weg nimm' mal eine Menschlichkeit keine Ahnung ich weiß gar nicht an was es liegt ne ich bin ja auch gar nicht verwirrt dass das das sieht aber irgendwie jetzt an der Zeit ne wir wollen ja hier noch was reißen öhm oben ganz oben was Menschlichkeit genutzen Menschlichkeit lauf' mal irgendwie anders dass du irgendwie mal weiter weg oder sobald den hat in der hosentasche gehabt und schiebt den fiedersatz benutzen coole idee eigentlich aber jetzt ist er weg tür auf das ist einfach okay ich dachte gibt es was zu vorlesen auch mannen einmal knochen in der stunde ist es kann in der ring des todes ich glaube dass du als hülle noch aus siehst wie ein mensch glaub ich toll ja wie wir das mit mir so aus siehst du mal nachgucken und dann müssen wir mal das nächste leuchtvorherr du sagst was das kürzeste ist dass wir noch mit den beiden lieben damen reden können wir können nur an das erste leuchtvorherr von den schreien von ammann und zu der ersten laufen dann zum letzten leuchtvorherr und setzt was jonas sagt so hat er mal zu gucken was die das der ring bewirken kann ring des todes äh ring des todes müsste ja relativ auffällig aussehen da die so die so die so die so neben den scharren neben den scharren beworben ist er wie ich es gesagt habe auch zu schauen leuchtvorherr ja wohin ähm zum ersten leuchtvorherr das ist aber echt mal ein nutzloser ring finde ich Also nur fürs Äußere? Vielleicht tragen die die Weiber die ganze Zeit. Ja, oder vielleicht ist es so, dass du dann menschlich bist. Manche wollen ja, dass du Mensch bist. Keine Ahnung. Kann natürlich sein, vielleicht... Dass du halt keine Menschlichkeit verschwenden musst, wenn du... Weil zum Beispiel, wenn du Pyromant bist, ne? Dann findest du nur einen Pyramatierhandschuh, der ist am stärksten, wenn du am meisten Hülle bist. Also wenn du quasi den halben Lebenswagen hast, ist der am stärksten. Dann findest du auch einen Pyramatierhandschuh, ne? Aber ich seh ja nur aus wie eine Hülle. Und dann ziehst du ja aus in der Hülle und steckst den Ring an, damit du aussiehst wie ein Mensch. Und dann denken die Leute vielleicht, dass du ein Mensch bist und reden halt... Also reden halt bei storyrelevanten Sachen, wo du nur menschlich sein musst. Reden sie mit dir! Jonas, ich meine mal mal anders, was du gerade sagst, ist pure Theorie. Ja, ist es. Graue, staubtrockne... Sonst wäre der Ring ja wirklich absolute... Oh, wie schützt du denn? Okay, der letzte Schlag ging mal mächtig daneben. Da kannst du aber nix dafür. Das war die Spielmechanik. Du musst mich auch mal loben, ne? So, meine Gute, ich hoffe, es hat jetzt was gebracht. Wir hören ein Lied in der Ferne. Ihr habt ein Mai von Tigre gerettet. Ja, genau. Bringt sie doch um! Bringt sie doch um! Äh, Alter! Und du hast gedacht, die Sterne werde ich halt dafür, oder? Wollt du fuck, ey! Das war doch gar nix! So, entschuldigung, was hast du gesagt? Ich habe das Wort zu singen gezwungen. Von draußen mögen sie keinen Nutzen haben. Aber bitte nehmt sie! Göttlicher Segen! Äh, tanz die klein! Okay, ich glaub das war's, ne? Ja, jetzt kannst du noch mal so eine Ahnung gehen. Also, wir zum Leuchtfeuer. Es ist gut zu sein. Äh, Bogen benutzt. Ne, ne? Ja, komm. So, wir haben jetzt drei Homeward Bones in einer Folge verbraucht. Das ist neuer Spitzenrekord. Ja, aber die bringt ja auch überhaupt nix mehr bald. Irgendwann. Du sagst es bald irgendwann, ne. Also, ne, ne. So ein Homeward Bones hat auch seinen Weg. Äh, seinen Wert mein ich, nicht seinen Weg. Wer weiß, welches Tier dafür sterben musste. Das Homeward Boneschwein oder so ähnlich. Weißt du nicht, aus was das Ding geschnitzt wird? Aus... Homeward Bones? Elfenbein. Ja, aus Elfenbein. Punkt. So, welches, äh, leuchtende Feuer? Elfenbein. Ach ja, stimmt ja. Da war ich ja grad. Vielleicht doch aus dem Einhorn. Ach, das letzte Einhorn. Gib mir ein Homeward Bones. Du kennst doch die Bilder im Internet, wenn du immer so ein bisschen molligere Frauen siehst. Und dann daneben so ein so richtiges Model, ne? Ja. Dann sagst du, ah, echte Frauen haben Kurven und so sehen echte Frauen aus, ne? Hab ich jetzt wirklich gesehen, wie so ein Nashorn, so ganz wurscht, wie so ein, als ob es gezeichnet werden will, da lag, ne? Ja. Dann hört auf mit den unrealisten Standards von Einhornern. So sehen richtige Einhorn aus. Dann siehst du so das fette Nashorn und so. Hab ich. Sehr schön. Ja, hab ich. Asuna sind im Prinzip echt mal harte Tiere. Ja. Also so'n Ding möchte ich nicht auf freier Wildbahn begegnen. Da hab ich das Video gesehen, da war wie so, wie so Heu. Und da hat es davon gefressen. Da kann da so ein Pumpe angelaufen, so ein Warzenschwein kann da angelaufen, ne? Und ich wollte auch von den Heu essen. Da nimmt es voll aufs Horn. Haut ist hoch, es hat bestimmt drei Sekunden gedauert, bis wir nun aufgeschlafen ist, ne? Du musst überlegen was für ein Gewicht die haben, wie viele haben unglaublich Power. Dass die sich selber durch die Gegend schleppen können überhaupt mal. Oh, äh, ja. Wir hören ein Lied in der Ferne. Ach, leck mich doch. Gib mir einfach was die Feuer sahen. Keine Ahnung was ich kann. Das war's jetzt glaub ich. Jetzt, jetzt machen wir noch ein was, um einen richtig schön Cliffhanger zu erzeugen. Okay, da müssen wir aber zeitlich ranhauen, sonst lauf zurück zu diesem Fahrstuhl, wo ich dich vor dem Schwimmer lassen würde. Das Rändern dauert mir noch eine Stunde, da müssen wir auch mal jetzt anhalten hier. Aber Cliffhanger sind immer gut, außer der Film, der war doch scheiße. Oh, ja. Also, äh, heute kannst du dich nicht mehr angucken. Ja, ja, es ist so ein bisschen überdramatisch gemacht, das Ganze ist schon klar. Ja, war damals eine Innovation, das Thema war halt neu, ne? Aber, wie wir sagen, so richtig ins Film hat er mich nicht gecatcht. Mhm, gecatcht. Sagst du zu, kennst du auf Messerschneide? Noch nicht gesehen, tut mir leid. Oh, du kennst auf Messerschneide mich? Waaat, ey, du bist so wükscher. Das ist schön, wenn man so anfängt zu sprechen, sprechen auf einmal alle so. Das ist super. Das Ziel, wenn unser einer Kumpel immer anfängt, österreichisch zu reden. Oh, ja, sowas kenne ich aber. Ich hab auch jemanden, der kann extrem guten Bayern nachmachen und das ist... Äh, ja, der Fahrstuhl. Alles klar, Leute, ich bin ein Quatsch. Jetzt bin ich selber neu riechig geworden, das kann's doch nicht machen, aber das Problem ist halt die Zeit. Also wir müssen... Das dauert nur noch eine Minute. Ach Gott. Ja, willst du mich verarschen? Das fängt jetzt schon hier. Ich seh jetzt schon wieder nur die Hälfte. Ich seh nur grauen Nebel. Das ist auch so dritte Stunde. Oh, jetzt wird's wieder hell. So gefällts mir. Bitte so bleiben. Was warst du für eine große Nebelschicht? Ja, jetzt war für den Wasser da oben ganz Wasser da am Nebel. Selbstverständlich, der fängt sich nur so... Aber weißt du, wie tief wir jetzt eigentlich sind? Wir sind ja beim Schloss runtergefahren mit dem Fahrstuhl zu diesen kurzen Wurzeln und jetzt noch mal ein Stück. Ja, ich komme ja irgendwann in die Hölle, so wie in Dark Souls 1. Also ich hab's immer die Hölle genannt, aber... Ja, wir sind das in der Hölle. Aber in der eine oder andere Hölle. Ja, zwischen Hölle. In der dritten. In der... Das kommt, oder? In der... Ach so, das ist ja cool. In der... Gruff der Toten. Schön hier. Hahaha. Gibt's hier irgendwas? Gruff der Toten ist toll. Ja, da gibt's doch was. Äh... Schön mal einen Lebensstein. Ich hätte bei den Löchern hier gedacht, da schießt was raus. Aber hinter seh ich was. Ist das ein Leuchtfeuer? Oh, ich hab mein Geheimnis ganz allein entdeckt. Wuuu. Ich bin so stolz auf mich. Du hast ja auch schon entdeckt, oder? Ja, Mann. Natürlich, ja. Hättest du nicht einfach mal Nein sagen können? Einfach mal, um mich zu motivieren? Ja, ich hab das nicht entdeckt. Das ist offensichtlich ein Löscher. Ich leck mich doch. Also, beim nächsten Park geht's in die Gruff der Toten. Und ich setz mich so lange hier und knabber ein paar Homeward Bones aus Elfenbein. Und einhör mal an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, genau. Tschüss.